Die Menschheit als Anmaßung. Du hast richtig gehört. Die Menschheit könnte eine Anmaßung sein. Eine Anmaßung für sich selber, aber vor allen Dingen eine Anmaßung für das, was es außer der Menschheit noch gibt. Und wir alle wissen ganz genau, was es außer der Menschheit noch gibt. Unseren Hund, unsere Katze, die Schmetterlinge, die Blumen und all das, was es sonst noch auf der Erde gibt, außer uns selbst. Und wenn du so in Konzepte der Menschheit hineinschaust, bis hin zum biblischen oder Gott weiß was, so geschrieben wurde von der Menschheit oder von Menschen geschrieben wurde, dann weißt du, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist oder immer wieder als die Krone der Schöpfung dargestellt wird. Und ich denke, diese Aussage können wir in der heutigen Zeit nicht mehr halten. Es ist eine Anmaßung zu sagen, der Mensch macht sich alles untertan, wie es tatsächlich auch in der Bibel steht oder in anderen Schriften ähnlicher Art und Weise steht. Eine unheimliche Arroganz, eine Überheblichkeit, eine Machtbesessenheit der Menschen, die glauben, sie könnten sich alles zu eigen machen in dem Sinne, dass sie alles ummodellieren können, dass sie Tierarten ausrotten, dass sie sich anmaßen, als Jäger unterwegs zu sein, um die Wildschweine zu dezimieren. Und jetzt gerade heute wieder in den deutschen Nachrichten hörbar Schweine gekeult wurden, weil sie die afrikanische Schweinepest haben. Dieser ewige und ständige Eingriff und diese ewige und ständige Manipulation wegen dem Menschlichen, das kann es doch nicht sein. Insofern müssten wir eigentlich die Charta der Vereinten Nationen verändern oder auch die nationalen Verfassungen ändern, indem wir sagen, jede Kreatürlichkeit hat ein Recht darauf zu existieren, in ihrer Unmittelbarkeit und natürlichen Umgebung, in der es gibt. Und natürlich haben die anderen genauso das Recht, sich dann davor zu verwahren oder abzugrenzen und zu sagen, ich muss gucken, dass ich keinen Schaden vom anderen bekomme. Das ist ja schließlich dann das Miteinander, das alle Existenzen haben miteinander in dem Sinne. Und die Menschheit als Anmaßung auch vielleicht in dem wohlgemeinten Sinne oder gerade in dem gutgemeinten Sinne. Und ich habe neulich mal ein Audio gemacht über das Gute, das gemeint ist, das ja gut gemeint ist und das viel Schaden anrichtet. Und mit dem gutgemeinten meine ich hier, wir tragen Sorge füreinander, wir tragen Sorge für die und den und den und den und wir tragen Fürsorge. Und was ist Fürsorge anders als natürlich auch eine Ausübung einer gewissen Macht und damit einer gewissen Reglementierung stärker oder weniger stark, die wir immer wieder zunehmen. Das ist zu überlegen, ob wir das weiterhin als Menschheit dürfen, ob wir das können oder ob wir die Artenvielfalt, die Vielfalt der Dinge an sich, die Vielfalt des Lebendigen auf die Art und Weise unterwerfen. Weder im gutgemeinten, natürlich noch im schlechtgemeinten Sinne. Und insofern können wir wirklich sagen, ist die Menschheit eine Anmaßung, natürlich für sich selbst. Ich muss jetzt nicht historische Belege aufzählen, wo wir eine Anmaßung füreinander waren, weil wir Menschen ständig missionieren, unterwerfen, Kriege führen, Katastrophen durch das Eingreifen der Menschen entstanden ist und entsteht und so weiter und so weiter. Die Menschheit nicht als Gipfel der Schöpfung. Was wissen wir schon von der Schöpfung? Und was wissen wir schon von dem Schöpferwille, dem letztendlichen Schöpferwille, der alles schöpft? Wir denken immer nur in biologischen und evolutionär-biologischen Kreisläufen, die vielleicht so einseitig sind, die vielleicht so einseitig naturwissenschaftlich konnotiert sind. Wir wissen gar nicht, ob ein Regenwurm besser ist als wir oder überhaupt jemand besser ist und niemand besser ist, weil es einfach Produkte der Schöpfung sind, wie auch immer die Schöpfung entstanden ist, wie auch immer sie kreiert hat und was letztendlich der Dreh- und Angelpunkt all dessen ist, was Schöpfung oder was Existenz ausmacht. Wegen all dem ist die Menschheit eine zunehmende Anmaßung. Um es nochmal zu sagen, weil sie gerade und vor allen Dingen durch das gut gemeinte und damit gut argumentierte und proportioniert argumentierte viele Fehler macht, weil sie einfach nicht überall durchblicken kann und nicht den Überblick hat und nicht wirklich die Intelligenz hat, um etwas allumfassend für jegliche Schöpfung, die es gibt für jegliche Existenz, die es gibt, tatsächlich entscheiden zu können, maßgebend sein zu können und vor allem wissen zu können, durchblicken zu können. Und insofern, wie gesagt, ich habe das erwähnt, die Charta der Vereinten Nationen oder nationale Verfassungen zu sagen, wir müssen der Natur viel mehr Raum geben, einer Wiese viel mehr Raum geben. Heute könntest du auch, wenn ich Nachrichten gerade als Stichwort gebracht habe, wiederhören, es gibt der Wiedehopf zum Beispiel. Der Wiedehopf ist am Aussterben in Deutschland, dieser Vogel, der Wiedehopf. Ich erinnere mich noch an Kinderleder mit dem Wiedehopf. Und es gibt nur noch 800 Brutpaare oder so etwas in der Art. Und woran liegt es, dass der Wiedehopf ausstirbt, dreimal darfst du raten, in der extensiven Nutzung der maschinenbetriebenen Landwirtschaft, der Landwirtschaft, der industriellen, genauso wie der biologischen. Weil biologische Landwirtschaft ist ja auch letztendlich in ihrer Form dann wiederum eine industrielle Landwirtschaft. Gucken wir mal genau hin, dann würden wir das bestätigt finden. Wir sind alle so sehr auf Bio-Nahrung aus und Ökologie und all das. Und das ist ja schön. Es ist schon immerhin ein gutes Bewusstsein, ein mögliches Bewusstsein. Es ist aber auch sehr einseitig gedacht. Und extensive Landwirtschaft bedeutet für mich als Bauer, als Landwirt, dass ich alles Mögliche nutze, um es möglichst qualitätsgemanagt auf den letzten Quadratmetern nutzen zu können und programmieren zu können. Buchstäblich programmieren, das ist moderne Landwirtschaft. Und da gibt es die Rückzugsräume in der Natur immer weniger. Die Hecken, die Vogelhecken. Der Devise des Brachland, das nicht genutzt wird. Da, wo sich einfach dann Kamille ansiedelt. Ich weiß noch, wie naiv ich mal war, als ich so schöne, blühende, echte Kamillefelder entdeckt habe. Irgendwo hier in der Au, ich weiß nicht, im Rhein-Neckar-Raum oder so. Und dachte dann, oh Gott, das kann ich ja verkaufen. Das biete ich deutschen Drogeriemärkten an. Und dann habe ich die wirklich angeschrieben und habe denen das Angebot gemacht. Und die haben tatsächlich geantwortet und gesagt, ja, welchen Preisvorteil bieten sie denn? Ich bin aber nicht weit auf den Handel eingegangen, wahrscheinlich, weil ich nur antesten wollte, ob das überhaupt geht. Aber die Kamille waren Bracherprodukte. Normalerweise wird die in Ungarn angebaut, in Europa, weniger in Deutschland. Aber es wird alles in Besitz genommen. Es wird jeder Quadratmeter bebaut und versiegelt und nochmal bebaut und all das. Hey Leute, sind wir eventuell zu viel geworden? Sind wir zu viel in der Menschheit geworden? Ich weiß, das ist eine ganz, ganz schlimme Frage, die ich da gerade stelle. Ich bin mir dessen sehr bewusst. Sind wir als Menschheit zu viel geworden? Mit den wie vielen Milliarden sind wir denn jetzt? Vier, fünf, drei, drei, vier? Tendenz steigend, stark steigend. Und dann deutest du natürlich auf die Chinesen oder auf die Inder und sagst, ja, die vermehren sich. Ja, natürlich. Wir vermehren uns auch. Jeder tut das. Und das ist auch das natürliche Recht einer Art. Aber uns als Art, als Spezies, Mensch immer wieder über alles zu stellen, in jeder Diskussionsrunde, in jedem Expertenkreis, in jeder Naturwissenschaft, in jeder Medizin, in Gott weiß was für Methoden, die die Menschheit entworfen hat, allemal in den Religionen und Spiritualitäten. uns immer wieder hinzustellen als etwas Besonderes, als etwas Erhabenes, als etwas Schönes, als etwas Absolutes, wo du dann hoffst, als braver Buddhist oder egal wer du bist, nicht mehr reinkarniert zu werden in einem Tier, in einem Hund oder Gott weiß was, sondern du willst wieder Mensch werden und ein besserer Mensch werden. Vielleicht ein Brahmane oder vielleicht, was weiß ich, als besonderer Mensch. Was für eine Scheiße eigentlich. Also wenn man sich das mal so überlegt, das ist ja fast satirisch auch, was ich da bringe. Und diese Art zu sagen, das ist wirklich immer wieder überheblich. Aber natürlich, als Entschuldigung könnte ich jetzt bringen, uns bleibt ja auch gar nichts anderes übrig. Nicht, weil wir nur Menschen sind und weil wir innerhalb unserer Spezies denken und agieren und all das tun, was wir so als Menschen gewöhnlicherweise tun. Deswegen sehen wir nur im Zweifelsfall uns selber und beweihräuchern uns selber. Aber ich denke so, diese Demut und die Achtung vor jeglicher Kreatürlichkeit, ich habe neulich mal ein Audio gemacht über die Kreatürlichkeit, die dir so im Haus begegnete, wo du sagst, da ist eine Fliege und die Fliege, die liebe ich oder den was weiß ich, was es da sonst noch gibt in der Art. Und achte einfach diese Existenz, darum geht es ja. Also wenn wir so sagen, wir töten nicht mehr alles automatisch und rotten nicht alles mehr automatisch aus, dann sollten wir das auch so tun, nämlich es nicht mehr tun. Und natürlich kommt dann das Problem irgendwelcher Insekten oder irgendwelcher einseitigen Viren, um das Thema auch mal wieder zu strapazieren und zu sagen, naja, es gibt so böse, böse Viren irgendwie in der Art. Ja, aber die bösen Viren leben dem, den guten Viren. Und normalerweise gibt es da eigentlich einen Ausgleich in der Lebendigkeit, wenn die Lebendigkeit als solches erhalten bleibt. Es gibt einen amerikanischen Schriftsteller, T.C. Boyle, und der hat mal einen Roman geschrieben, so eine grüne Romanreihe über, ja, so im Westen Amerikas, in Kalifornien, grün ist die Welt oder irgendwie, ich weiß den Titel nicht mehr genau, in dem er so schön beschrieben hat, dass auf Inseln dann immer wieder Schafsherden, die wild geworden sind, oder Ziegenherden dezimiert wurden und der Mensch immer wieder regulierend und scheinbar gut regulierend meinend eingegriffen hat. Oder wenn ich an so einen Blogger denke, den ich verfolge im Internet auch auf YouTube, der hat diesen Sommer beschrieben, wie er in Texas war, natürlich ausgerechnet in Texas. Und was macht man in Texas? Man jagt Wildschweine aus dem Hubschrauber, für den du dann teuer bezahlen musst, dass du geflogen wirst, und dann kriegst du so einen richtig tollen Ballermann auf den Schoß und wirst kurz unterwiesen, denn das darf jeder da rumschießen. Und dann schießt du aus diesem Hubschrauber die Schweine da ab von oben. Ja, und das ist eben eine besondere Genugtuung, dieses Schweine aus der Höhe von 50 Meter, 40 Meter, 30 Meter abgeknallt zu haben. Wie pervers ist das denn alles? Aber das sind halt typisch amerikanische Muster in der Art, müssen wir ja nicht in Europa teilen. Die Anmaßung der Menschheit, also wie wichtig ist dann eben tatsächlich auch der Naturschutz und zu sagen, andere Existenzen, egal ob sie Amöbel sind, egal ob sie grünes Kraut sind, egal ob sie Kulturpflanze sind oder Unkulturpflanze, Kraut und Unkraut sind, haben ein Recht auf Existenz, mal abgesehen von den Tieren, die auch da sind. Sie haben Lebensräume. Und wenn wir die Lebensräume genau beobachten, dann können wir zwar sagen, mein Gott, in diesem Winter gab es eine blöde Hausmaus-Invasion oder so. Ich habe das selber erlebt auch oft. Und dann musst du halt gucken, wie du damit klarkommst. Natürlich stellst du dann auch Fallen auf oder du trägst die Mäuse, wie wir das damals gemacht haben, zumindest raus. Und vielleicht laufen sie dann weg oder kommen wieder rein. Aber irgendwie wird man damit fertig. Das heißt, die Abschottung ist schon wichtig. Aber das systematische Eingreifen in jegliche Existenz, ich nenne nur mal das Stichwort, auch was die Chinesen in der Zeit dann gemacht haben, diese Ein-Kind-Kultur geschaffen zu haben. Und dann gab es viel zu viele Jungs und zu wenig Mädchen, was dazu geführt hat, dass die Jungs in China dann über Generationen oder Jahrgangskohorten keine Frauen mehr finden, was wiederum enorme Probleme mit sich bringt und so weiter und so weiter und so weiter. Im Westen haben wir auch ähnliche Phänomene in der Art. Ich meine dieses Audio wirklich sehr ökologisch in dem Sinne. Wir sind alle zusammen auf diesem Planeten und wir tragen alle in der Artenvielfalt dazu bei, dass dieser Planet so ist, wie er ist in der Vielfältigkeit, in der Artenvielfältigkeit, in dieser Diversität, die wir im Konsumalltag jeden Tag finden. Also statt der natürlichen Diversität, die immer weniger wird, haben wir jetzt eine künstliche, anthropogene Diversität, die der Mensch geschaffen hat. Das kann es wohl nicht sein. Das ist wohl zu einseitig in der Form. Also insofern ist die Menschheit tatsächlich immer wieder eine Anmaßung, eine Überbordung, ein sich viel zu ernst, ein sich viel zu wichtig nehmen, ein Narzissmus per se. Ja, wie ich das noch kurz ergänze. Wenn ich am Anfang gesagt habe, es gibt ja noch außer dir dein Hund, deine Katze, dann ist es ja auch die Anmaßung der Menschheit, die diese Haustiere, egal ob sie Hund, Katze, wellensättig sind, Kühe sind, Nutztiere sind, die wir haben, die wir ja auch anmaßend gezüchtet haben für unsere eigenen Zwecke und nur für unsere eigenen Zwecke. Wo gibt es denn noch natürliche Hunde? Also Hunde in dem Sinne, dass sie sich einfach selbst vermehrt haben oder entstanden sind in irgendwelchen Steppen oder so oder als Kojoten oder was deren Vorgänge auch immer wieder sind. Wölfe da waren. Die Wölfe werden ja auch zwar auf der einen Seite, auch das ist ja ein Riesenwiderspruch und damit eine Anmaßung, wieder angepäppelt hier in Deutschland. Und auf der anderen Seite gibt es dann irgendwelche Interessensverbände von Schafzüchtern und Sonstigen, die dann sagen, ja, dann gehen meine Viecher unter, weil der Wolf sie reißt. Und die Wirklichkeit der Wölfe ist natürlich nicht so brutal. Aber auch das ist ja ein Eingriff der Menschheit, um das nochmal auch hier angefügt zu haben.